Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir wieder eine App. Ich nehme jetzt diese gleiche App schon zum dritten Mal auf, habe die alles wieder gelöscht und neu installiert, um mal vorne anzufangen. Ich tue jetzt so, als hätte ich sie noch nicht gespielt, aber ich hatte sie schon zweimal gespielt, von daher, naja. Hallo. Versuche dich zu Markierungen zu bewegen. Nö, geh nach da. Okay, geh doch nach da. Halt, steht da drauf. Und jetzt kann ich jetzt hier hingehen und... Oh, gut gemacht. Geh weiter geradeaus. Oh, den Dump-Button, cool. Wie, wie, wie. Springen. Das haben alle wünschen. Halt. Na, ich finde die Katzen springen ein bisschen komischer. Man drückt so drauf, man geht jetzt mal schnell nach oben so und dann ist hier oben, dass man hier auf der Gegend knallt und den Kopf stößt und kurz schreit und dann wieder runterfällt einfach. Mysteriös. Halte die linke und rechte Taste gleichzeitig zum Springen. Die beiden, ne? Okay, sprung. Das sieht schwierig aus, aber... schwierig aus, aber sollte für dich ganz einfach sein. Nett. Wow. Wow. Oh. Stark auf den Insekten zur Zerstörung. Stark auf den Insekten zur Zerstörung. Das ist okay. Okay. Genau. Und die Katze zockt auf den Nintendo Switch. Was soll das sein? Okay, ist das aufgehört? Okay, cool. Huch, ich rauspringen. Nicht schlecht. Genial. Guck mal an der Katze. Schau, da ist ein seltsamer Blick. Und die Katze zockt auf den Nintendo Switch. Das ist auf jeden Fall cool. Ein seltsamer Blick ist da. Genau. Genau. Was ist da? Genau. Genau, ja. Kann ich auch sagen. Code-Übersetzung auf jeden Fall. Oh, das hört sich nicht. Hört zu schwitzen. Hört zu schwitzen. Hört zu schwitzen, genau. Oh, ist dunkel. Ich habe zwei Herzen. Sonst nochmal drei Herzen bei so einem... Oh, Licht. Also ich habe sonst nochmal drei Herzen bei so einem Spiel manchmal. Das ist irgendwie komisch. Oh. Wow, ein riesiger Roboter. Ey, da. Genau. Und alles bricht zusammen. Und ein Roboter in einem Udo kommt an und zockt. Schlippi. Also ganz kackt der Komoderteile aus. Die gefickt werden von einem... Was zum Fickkommen ist. Was ist hier passiert? Was? Den Namen. Finde meinen Sprite-Freund. Er kann dir helfen. Was ist denn ein Sprite-Freund? Ist ein bisschen ein Pro-Play-Sin für Sprite oder so. Genau, genau. Oder so eine verkackte Übersetzung von Schreibfehler oder so von Spirit. Ich gehe hin, um ein paar Hinweise zu finden. Die müssen wir dahinter hergehen auch, oder? Oh, guck mal ein Baum. Krass, wir springen jetzt mal hier und fährt berghoch. Und können jetzt wieder Super Phantom Cat zwei Tippe umzustarten. Ja, wir tippen. Okay. Mystischer Wald. Wow. Wir können jetzt Level 1 starten. Ein kurzer schöner gelben Viech da. Und wir sind bei 5 Minuten und 36 Sekunden in der Rollertage. Das letzte Mal. Wir sind letztes Mal 6 Minuten fast. Naja, jetzt sind wir genau so spät. Okay. Jump. Jump. Oh, wow. Geld. Lücke. Du weißt nie, was sich hinter dem Fall steckt. Fair und dann steckt der Wien. Das ist sehr gut. Fair und steckt. Lohnt sich auf jeden Fall. Oh, es gibt überall Geheimnisse. Erkundet diese, um Entdeckungspunkte zu gewinnen. Wow. Ja, machen wir. Weiter. Wir haben Punkte bekommen. Wow. Oh, dann gucken wir uns, wie ich will. Hallo, du musst argi sein. Ich bin Edo, der Kobold. Fert in der Zeichen. Ich sah, wie das UFO in Richtung Jahrhundertbaum flog. Los geht's. Ich helfe dir. Auf dem Weg. Insekt. Oh, Punkte, Geld. Ja, wow. That's amazing. Da kann man wieder drauf. Wie kommen wir alles drauf? Vielleicht drauf? Du bist wieder da? Na, Pisse. Du bist wieder da gewesen. Du hast das gesehen. Du bist wieder zurückgekommen. Du Pisse. Du Pisse. Oh, oh, oh. Okay, okay. Äh, Schastro hier. Sechs Euro nur. Das war jetzt mal sieben Euro, oder? Wird auch mal billigeres Spiel. Oh. P88T. Ist ein scheues, ein scheues kleiner Krieger. Ist auch schon ein kleiner Liga, oder was? Oh, okay. Die Hohe haben wir einen Punkt bekommen. Und die ist oben mein Fragezeichen. Hui. Mit Geld. Wir gehen hier runter. Oh, Pilz, Pilz, Pilz. Ich dachte, ich sterbe. Echt nicht, ich hab's bloß jetzt nicht sterben können hier. Dann sind wir unten ganz viele Pilze. Okay, ein Stern. Wow, ein Stern. Werden wir für einsame Herzen. Wow, 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 wow. Wow. Ein wenig Frischluft. Wow. Oh, Geld wieder hier. Richtig krass. Ein Portal. Durchsprung, okay. Das ist ein Samtmail mit dem Katzenviech. Ich sah so. Der Rasse ist so hoch. Okay. Wollt schon gut sein, glaube ich. Ob wir springen? Nein. War ein Blink. Krass, wir haben jetzt schon 67 Euro. Dann haben wir jetzt ein neues Level freigeschaltet. Wenn ihr jetzt noch dran seid, könnt ihr, wenn ihr euch gefallen habt, ein Leiter lassen. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, Wald. Wenn ihr jetzt noch dran seid, weil das mystische Wald sind gerade hier. Also wir sehen jetzt hier Videos und Abonnieren-Button und Zeugs könnt ihr anklicken. Und ich bin jetzt weg. bis10 times. bis10, rein Bis heute不 bis den Vielen Dank.